Woohieof! Ich schau gerade gar nicht zu Digger, grüß aber Jiren plant Huhu Das ist das Feing wenn du Geld hast und es dir egal ist Er spielt eine Runde Skippo. Wir haben in diesem Stream keine Runde Skippo gespielt tatsächlich, sondern wir haben ein 40.000 Euro Base-Set geöffnet. Trimax und Papaplatte haben das Ganze auf ihren Twitch-Kanälen gestreamt und haben mich vorher angefragt, ob ich nicht eventuell den beiden assistieren möchte. Also als kleiner Experte sozusagen. Es gibt da draußen bestimmt noch krassere Leute, die mehr wissen und alles andere. Will ich gar nicht abstreiten. Aber durch meine Erfahrung hier auf YouTube habe ich bestimmt einiges am Wissen gesammelt und konnte das hoffentlich dem Twitch-Chat und den beiden näher bringen. Ich hatte sozusagen also nicht viel mit diesem Event zu tun. Die beiden haben das organisiert. Ich wusste nicht, wer wer viele Packs hat. Ich wusste eigentlich gar nichts. Ich war halt einfach nur vor Ort, habe den beiden geholfen und es war ein cooles Event. Und das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Mir hat das Ganze sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich war zwei Stunden vorm Stream da, durfte die beiden kennenlernen. Da nochmal super, super korrekte Dudes. War mega entspannt. Erstmal grob zu Kevin und Max. Es sind mega nette Menschen. Man konnte mit denen wirklich gut reden. Und allgemein konnte ich halt merken, wo ich halt mit den Jungs geredet habe, vor oder nach dem Stream, dass sie wirklich Bock auf die Thematik haben. Was ich halt auch schon vorher mehr oder weniger aus den Videos und Streams herausgehört habe. Gerade bei Kevin, der schon länger Pokémon öffnet und Max, der jetzt vor kurzem angefangen hat. Also da viele, die vielleicht unterstellen, yo, dann mal das nur für Klicks oder Geld oder sonst was. Nur weil jemand mehr Möglichkeiten hat, um Stuff zu kaufen, heißt das noch lange nicht, dass er es eventuell nur fürs Geld oder sonst was macht. Er kann ja trotzdem Spaß dran haben. Also das würde ich vorhin nochmal gesagt haben. Kommen wir zum Event. Das Event war ein ganz normaler Boxbreak von einer First Edition Base Setbox. Nochmal für alle Leute, die nicht wissen, was ein Boxbreak ist. Ein Boxbreak ist sozusagen dazu da, um ungewogene Packs den Käufer zu geben. Dies wird mittels eines Livestreams gemacht, damit jeder dieselbe Chance hat, um potenzielle Holo-Karten oder seltene Karten zu bekommen. So war es auch bei diesem Event so. Viele Kollegen von Trimax oder Papa Platte durften sich Packs kaufen und haben diese dann geöffnet bekommen in einem Livestream. Meine Meinung zu Boxbreaks kennt ihr ja. Ich finde Boxbreaks jetzt erstmal nicht schlimm tatsächlich. Aber wenn ich halt mitbekomme, dass der Streamer irgendwie 3000 Euro für eine Box bezahlt und die Packs dann halt für 1800, 1900 Euro verkauft, dann kann man schon mit rechnen, okay, der Junge macht 9000 Euro plus mit diesem Event, kriegt die Aufmerksamkeit, kriegt Donations, Subs, ein cooles YouTube-Video und geht damit plus, plus, plus raus. Sowas finde ich gar nicht cool und sowas unterstütze ich halt auch nicht. Die beiden haben das jetzt so gemacht, ey, jo, komm, wir geben bitte ein bisschen Minus raus, geben die Booster für etwas günstiger raus. Ich glaube, irgendwie 2000, 3000 Euro haben sie ungefähr Minus gemacht mit dem Ganzen, mit Fassaden, mit Toploadern, mit Boostern und allem, was dazugehört. Haben dafür aber halt ein geiles Event gehabt. Finde ich voll cool, dass man die Booster so günstiger anbietet, gerade für Freunde oder ähnliches. Das finde ich eine nice Sache. Und sowas unterstütze ich tatsächlich dann halt auch. Also nicht, dass du jetzt denkst, ey, oh, warum findest du Boxbreaks jetzt cool, obwohl du sagst, Boxbreaks sind eigentlich scheiße. Wie gesagt, das ist so ein Kriterium, was bei mir sehr, sehr wichtig ist. Es war ein starkes Event, kann man nicht anders sagen. Wir haben uns halt hingesetzt, wir haben die Booster halt ganz normal geöffnet, nach der Reihenfolge der Karten, die wir halt gezogen haben. Und wie ihr unter anderem gesehen habt, waren coole Hits auf jeden Fall dabei. Und falls ihr natürlich auch mehr sehen wollt, ich glaube, die beiden laden noch Highlight-Videos davon hoch. Ihr werdet heute aber noch mein Pack sehen, denn ich habe mir tatsächlich das Geld in die Hand genommen und habe mal 1100 Euro für so ein Boosterpack ausgegeben. Also das werden wir uns gleich auch noch anschauen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ne, das Ganze war ein ganz normaler Boxbreak. Wir haben die Booster uns angeschaut, wir haben uns die Karten angeschaut. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe nicht viele Karten gesehen, die wirklich 10 von 10 sind. Das heißt, es werden bestimmt PSA-10-Karten irgendwo dabei gewesen sein, zwischen den ganzen Karten. Aber viele Karten hatten Centering-Issues, einige Karten hatten Bestätigungen. Das Surface der Karte, das heißt, die Oberfläche war halt auch nicht immer optimal. Es gab viele Mankos, das muss man einfach sagen. Also das ist Printlines in Oberfläche. Ja, das habe ich auch gesehen. Sieht aus, als wäre es für eine Millisekunde ein Streller gefallen. Und das hat nichts mit dem Alter der Box zu tun. Das Base-Set hat halt oft seine Macken. Dementsprechend gibt es halt auch nicht viele Karten, die es halt im PSA-10 von den unterschiedlichen Holo-Karten beispielsweise gibt. Von vielen Karten, unter anderem Schanera, Magneton, Nocchan, gibt es sehr wenige PSA-10-Karten, weil die Karten halt öfters Printlines oder ähnliches haben. Das ist ganz normal. Das ist meine grobe Einschätzung erstmal zur Box. Wir haben natürlich, wie ich schon sagte, auch ebenfalls ein Booster-Fact gekauft und werden uns morgen oder übermorgen meine Karten mal ganz genau angucken. Und ich werde mal sagen, yo, wie viel wir mehr oder weniger aus der Box gemacht haben. Beziehungsweise aus meinem Booster. Ich wollte mich hier nochmal bedanken überhaupt, dass die beiden mich eingeladen haben. Und ich glaube, das hat dem Twitch-Stream tatsächlich ganz gut getan, dass jemand dabei war, der ein bisschen Ahnung hatte. Ich habe nicht so viel vom Stream gelesen, also vom Chat oder ähnliches. Aber ich glaube, viele haben sich gefreut, dass jemand dabei war, der sich ein bisschen damit auseinandersetzen konnte. Und ich glaube auch, dass Max und Kevin sehr glücklich waren, dass ihnen jemand helfen konnte. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die noch einiges mehr gewusst hätten oder ähnliches. Aber ich glaube, so wie es war, war es schon sehr gut. Es hat mir riesig Spaß gemacht, die alten Artworks zu sehen, aus meiner Kindheit und aus deren Kindheit natürlich. Und es ist ein Base-Set, Leute. Natürlich geht es da um Geld. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wenn du einen Booster kaufst für 1000 Euro, da willst du natürlich die Chase-Karten ziehen, die natürlich teuer sind. Klar freust du dich über jegliche andere Karten, sei es Ropi, Honly oder Dodo oder ähnliches. Bevor wir jetzt darüber reden, würde ich sagen, schauen wir mal rein, was ich gezogen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst ein Däumchen da. Jetzt Trymex 7. Wer als nächstes? Das machst du selber auf, das machst du selber auf. Das machst du schön selber auf. Das sind die geilsten Packs, wo einer aufzutaten hat. Oh mein Gott, da will ich fangen drauf. Oh mein Gott. Soll ich es auch mal schwarz nehmen? Ja, wir machen uns alle zu dritt auch am besten. Links war das jetzt wieder. Ja, und links. Dein eigenes Pack. Oh, der Wöse-Blura-Pack ist jetzt gerade. Du kommst doch schon ein bisschen, ey. Oh, shit. Alter, krass. Kombiniert über 300.000 Leute schauen dir jetzt gerade live zu. Oh, Digger. Ja, ist doch jeden Tag so. Alter, good luck, Dirk. Scheiße. Ja, danke, danke, ey. Ich wünsche dir was richtig Geiles. Crazy. Schauen wir mal, wie flüssig wir das aufbekommen hier. Ich habe lange auch selber kein Base-Set mehr geöffnet. Ich freue mich doch über meine Packs, Digger. Scheniere, sieht übel geil aus. Ne, doch, meine Packs sind geil. Ich bin zufrieden. Und ich habe sogar ein Glurak-Artwork, was sehr, sehr hot ist. Und ich habe es gut aufgekommen, würde ich sagen. Stark. Sehr gut aufbekommen. Feuer, macht man es auf. Ich fühle mich so, als wenn wir so Drogen dealen, würde es mir so die Cocaine-Packs geben, Digger. Ich wollte doch heute ein Chili-T-Shirt anziehen. Kevin sagt, jetzt habe ich mir endlich einen Anzug gekauft, und ich werde wieder einen anziehen. Oh, die Karte ist ein bisschen dunkler. Ist das gut? Das kann ich ja noch nicht. Ey, Jungs, jetzt war Realtalk. Okay, an alle Leute im Chat, ja. Trimix wollte heute ein T-Shirt machen. Und wir haben beide Anzug hier. Ich habe extra meinen Anzug aus Berlin mitgebracht. In fucking ICE. Ja. Ist es geil am Anzug, oder? Jetzt war Realtalk. Was hätte ich mir da noch sagen? Ja, sorry. Jetzt stehe ich wieder letzte Lappen hier da. Ich wusste es auch nicht. Aber guck mal, du bist der Experte, der so komplett in schwarz gekleidet ist. Ja, genau. Das ist smart. Wie gesagt, nächstes Mal mit Glatzen. Wir haben gar keine Ahnung. Das ist smart. Und du musst so poliert sein, dass man so die Karte... Ganz kritisch, ganz kritisch. Okay. Willst du ein Sleeve für mich? Ich Sleeve. Finde ich gut, dass der Experte mich fragt und nicht Kevin. Nee, du sitzt halt einfach zu näher dran. Nein, nein. Das ist kaum. Wir können auch Left, Right machen. Nein, nein. Nein, only Sleeve. Okay, Doppel-Fablos-Energie ist definitiv schon mal alles okay. Magma nicht die beste ankommen, aber ist halt Kindheit, sag ich mal, definitiv mitnehmen. Porenta, dein Favorite. Auch jetzt nicht so das krasseste Riesel. Oh, der ist am Shaken, dick. Oh, shit. Hey, das gönne ich dir. Da ist es. Bro, du bist so am Shaken, holy shit. Ich lieb's. Ja, natürlich. Das fühle ich ja halt. Alter. Das ist halt die Leidenschaft, die dabei ist. Wie bei dir, nicht süchtig. In dieser komplette Kartenstapel wackelt ich's. Alter, oh, shit. Klar, Mann. Centering ist off, Left, Right ein bisschen, also etwas dicker dort. Oben und unten geht aber, würde ich sagen. Surface der Karte. Das Alter ist so sick, dieses Spätzchen. Einfach mega geil. Du hast jetzt grad so vier Burger hintergebracht. Maus-Pokémon. Bullpix. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich bin ultra gut im Sleeven. Safcon. Also selbst mit dem Pikachu bin ich schon sehr zufrieden, also selbst wenn ich jetzt hier nichts mehr rausziehen sollte, damit bin ich schon mal sehr, sehr froh. Ja, Pikachu ist sehr geil. Aber es ist ein totaler Punkt. Also ich sehe mich schon hier die Verkrummungsstabilisierung rauf machen hier bei Premiere. Ich sehe, ich höre schon bei der letzten Karte dieses get, 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 get low when the whistle blow. Und dann kommt die Karte. Was? Ken ich doch nicht. Traumato. Traumato ist definitiv. Snow. Snow. Wir kommen hier. Feuerenergie. Okay, jetzt geht's schon los. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht hingucken. Elektroenergie. Ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Oh mein Gott. Magneton, Holo. Ist okay. Definitiv fine. Aber ist nur Holo, Digga. Ist geil. Magneton und Pikachu? Das Ding ist, das Ding ist sehr sehr selten als PSA-Szenen, weil... Schmeißen wir die Karten einfach weg. Ja geil. Also das Ding ist sehr sehr selten, weil es oft Printlines hat, sag ich mal. Aber eine Holo ist erstmal sehr fein. Aber wir sehen hier schon, da sehe ich eine ganz minimale Printline. Mhm. Die Spiderman. Ne, ist das auf der Folie zum Glück. Aber eine ganz ganz kleine ist es nur tatsächlich. Also es ist minimal tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der Chat ist sicher. Ah, ich glaube man hat es gesehen, aber ja. Auf der rechten Seite, nur in der Mitte. Können wir es... Oh, shit, ja. Ist das ein bisschen ärgerlich. Trotzdem geil. Definitiv hot. Holo-Karte. Holo-Karte nehme ich. Trotzdem sehr geil. Congrats, Bro. Ich bin top laudert, Alter. Also ich würde sagen, es ist jetzt kein über-ultrakrankes Pack, aber es ist ein... Pikachu und Magneton. Ist okay. Pikachu und Magneton? Für einen Booster? Für einen Booster Baba, Digga. Definitiv. No Joe. Centering. Selbstgezogen ist nochmal viel geiler. Hot. Sehr, sehr nice. Sehr geil. Ich habe mir gerade am Sack rum gespielt. Ja? Noch mehr Wert. Ich sage es euch. Papa, Platte, DNA drauf. Das war mein Pack. Ich hoffe, ihr fand es genauso stark. Ich bin super zufrieden dafür. Und wie ich schon sagte, wir sehen morgen oder die Tage in dem YouTube Video, wie die Karten wirklich aussehen dann unter meinem Licht, unter meiner Kamera. Und wir gucken uns die mal ganz genau an. Ich bin sehr gespannt. Freut euch. Lasst ein Abo, lasst ein Däumchen da. Ich bin raus. Danke für die Einladung nochmal fürs Event. Bye bye guys. Choros-